Ich bin Janine Berger, ich bin 21 Jahre alt und ich studiere Sport, Medien und Eventmanagement am Campus M21 in München. Nebenher bin ich Türnerin im Verein SSV Ulm und ich türne in der ersten Bundesliga. Angefangen habe ich eigentlich schon mit vier Jahren, weil Türnen eigentlich schon so eine Sportart ist, wo man früh anfangen muss. 2012 ging dann endlich mein Kindheitstraum in Erfüllung und ich durfte bei den Olympischen Spielen in London teilnehmen. Dort belegte ich den vierten Platz. Mein Alltag ist einfach so, dass ich morgens von 9 bis 16 Uhr meistens Uni habe und dann direkt ins Training pendel. Ja, also es ist natürlich nicht ganz ohne und es ist schon auch anstrengend, aber dadurch, dass es halt einfach meine Leidenschaft ist und dass ich auch echt gerne am Campus studiere und die Atmosphäre dort echt mag, ist es für mich keine Belastung, sondern eine super Möglichkeit, mein Studium und den Sport zu kombinieren. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal.